Ein Porno ohne Ton. Porno ohne Ton. Mit der dumme Sache haben sie verkackt. Gerade wenn man an einem Bomberschlag USW denkt, fand ich das eine krass unnötige Aktion. Ja, ist halt subjektiv, ne? Ich finde die Aktion ganz geil, muss ich sagen. War ja nicht böse gemeint. Ich glaube, ich habe eine richtig scheiß beschissene Bar. Also ich glaube, ich werfe dir auch einfach den scheiß Müll. Ja, ist egal. Aber ich habe es in Morin, wir haben das. Okay? Ja, du musst das noch mal reinschreiben, was ich gelesen habe. Okay. Okay, perfekt. Ja, ich glaube, ich habe die richtig gebaut, aber ich finde die kacke actually. Können wir uns darüber unterhalten, dass die Rebirth dann wirklich rausgenommen haben, wegen Waffenleveln? Ja, deswegen haben sie es rausgenommen, ja. Also alle haben sich auf Rebirth gefreut und jetzt gibt es das nicht mehr. Und wahrscheinlich hat sich auch jeder beschwert, dass man jetzt Waffen schneller wird, oder? Ja, ja. Safe. Hier kommt irgendwie Pakistan. Bleibt mal hier drin. Keine Waffe, keine Waffe, jetzt. Ich habe eine richtig komische Waffe. Ja, bin hier mittlere Ebene. Bist du unten? Ja, warte. Einer ist on me. Fass dich an, fass dich an. Nee, du. Also, das ist... Bro, ich habe hier kein Autoheim einfach. Ich habe einfach 0,0 Autoheim hier gerade gehabt. Das ist auch mal ein Scheibenwischer jetzt. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Hilf! Okay Phil, ich bin da. Oh, du bist eine Maschine, Phil. Buh, 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 buh. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja. Nee, ja. Ja. Ja, 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 ja. Nee, ja. Wir sind drei Kinder und meine Mutter sagt heute noch immer, hättest du dir das Geld für Wodos gespart, hätte es dir safe ein Autofahren. Oha, unkorrekt. Wir sind absolut Leute. Wo, wo? Ja, Richtung, Richtung S. Siehst du den roten Punkt? Sollen wir den Weihnachtsbaum noch machen oder drauf scheißen? Ja, doch, noch einmal. Lassen wir mal den Weihnachtsbaum machen. Aber da ist einer oben, ne? Fröhliche Weihnacht, überall. Äh, ist nein, unkorrekt. Ich komme auf die andere Seite des Baumes. Ja, nein, nein, die Plattenküsse ist verpackt. Phil, ich kotze doch. Mann, es ist doch so blöd. Es ist so blöd alles. Kannst du mir Platten geben? Ja, ich habe eine Plattenbox gejobbt. Fröhliche Weihnacht, überall. Na, 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 na. Hier ist Schrottwichteln. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, na, 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 na. Habe ich mal Zeug gesagt, oder? Ja, schon. Alter! Oh Zannenbaum, oh Zannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du blühst nicht nur in Sommerzeit, nein, auch im Wetter, wenn es schneit. Ich kann einfach die Drohne nicht einsetzen, die ich gerade bekommen habe. Wenn sie fliegen, wie ein Schnärtelling. Ja, die sind hier oben da drin. Vor mir, Phil. Hä, bist du blind? Das ist ein Blödsinn. Blume, warum hast du ihn nicht gesehen? King Phil, weil ich ihn nicht gesehen habe. Weil ich oben reingeschaut habe. Da ist einer auf diesem Dach, genau. Digga, wirklich, also der wurde eine halbe Stunde auf der Drohne angezeigt. Drum ist so, oh, hier ist einer. Nein, ich wusste, dass da wer ist, aber der, da, oh. Wo ist denn der jetzt? Ich dachte, der wäre oben. Die wurden mir erst oben angezeigt. Dahinter, diese Barrikade da. Ich kann meine Drohne einfach nicht einsetzen. Ich flippe komplett aus. Dahinter. Er ist geblendet. Ich gehe rein mit Schrottwichteln. Ich habe ihn geschrottwichtelt. Schönes Ding, Harry. Okay, wir haben viermal Ja bekommen vom Chat. Oh, Digga. Und ich kann mit Kohle schmeißen. Ja, vor allem, unten waren noch Gegner. Wir müssen hier ins Haus gehen, wenn die gleich, und die werden gleich mit FIFA kommen. Krampus, nervt auch bitte nicht. Ich habe schon mal eine Munitionskiste hier. Ey, er ist drin. Hör doch auf jetzt, Krampus. Angie, zu mir gestern einfach. Kann man den boxen? Mehr ist tot. 2000 EV entlang. Mega. Also, ich bin gar nicht in der zweiten Runde. Was gebt ihr dem Event? Ich gebe dem eine 1 von 10. Eine 1 von 10. Aber eine YouTube 1 von 10? Okay, wir wollen ja mal nichts zu sein. Ist eine 4 von 10. Ich meine, ich fände es lustiger, wenn es so ein Nikolaus wäre oder so. Aber nicht so ein Monster. So ein Nikolaus, den man einfach abknallt, ne? Ich wusste gar nicht, dass das so ein... Also, was das... Gibt es den in irgendeiner Mythologie oder so? Das ist bestimmt so ein Ami-Ding, oder? Ist das ein Ami-Ding? Thomas? Thomas. Hm. Grüße, Thomas. Grüße, Thomas. In dem Chat. Grüße, Thomas. Der hat 1, 2 Hits drin. Äh, da ist noch ein Sniper links. Weiter oben. Hä? Alle Tasten gedrückt. Perfekt. Er ist rausgesprungen. Ja, links über dir ist noch ein Sniper oder so. Er hat sich hier versteckt. Oh, mein. Oh, ganz stark. Von wo? Ja, aber der von links. Irgendwo. Irgendwo da. Aber bei dir ist auch noch einer rein, glaube ich. Ja, der ist jetzt rechts. Es sind zwei verschiedene. Ach, Digga. Mann. Jeffrey. Ich kann die Drohne nicht... Also, ich wirklich dreh durch. Äh, was? Hey, warum hat der eine Drohne hier oben? Äh, naja. Gibt es nicht nur Vengard-Waffen auf dem Boden? Bro, wir spielen ein normales Battle Royale. Ist hier nicht aufgefallen. Ja, aber auf dem Boden habe ich doch bis jetzt nur Vengard-Waffen gefunden. Ähm. Ne, also, ja, es gibt auch Dings. Gibt alle Waffen auf dem Boden. Hinter mir ist ein Auto, soll ich es riskieren? Tschüss. Das ist doch in Österreich bekannt. Österreich? Ja, Krampus ist eine Tradition bei uns in Österreich. Es gibt auch viele Krampus-Läufe. Aber war... Also, jetzt erklärt mal, warum... Warum ist denn das ein Ding bei euch da drüben? Also... War... Also, was macht... Warum... Warum gibt es denn... Warum habt ihr denn nicht den Weihnachts-Dings... Wumms, Grinch? Nimm mal noch einen Lodi mit. Oder schmeiß den vor dich. Ich kann ein... Also, das ist unfassbar. Also, das ist eine absolute bodenlose Frechheit. Ich kann jetzt die ganze Runde nichts einsetzen. Geht Cluster? Cluster geht. Ja, du bist eine dumme Nutze, bist du. Ich kann Drohnen... Ne, hier liegen jetzt drei Drohnen rum, dumme. Wirklich, ich bin kurz... Ich bin wirklich eins vor Ausrasten. Warte, ich versuche, ob ich die Drohnen mit umzünden kann. Also, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Meine Variante von der MP40 ist auch eine Unverschämtheit, übrigens. Oh, stimmt. Na, ich kann die zünden, Digga. Gerne geschehen. Sechster ist Nikolaus, fünfter Dezember ist Krampus. Mhm. Okay. Ja, ja, okay. Knecht Ruprecht kenn ich. Dummer Nick, weiß ich nicht. Philipp, doch. Um die bösen Geister... Geister auszutreiben, okay. Ist da für nicht Silvester da? Aber Krampus ist doch selber böse, oder nicht? Der greift uns gerade an, der Wichser. Ja, Krampus scheint böse zu sein. Ja, aber ich stand gerade... Also, es stand gerade wirklich bei mir, du bist... Du warst unartig, du bist auf der Liste. Okay. Das ist so brutal. Das ist schon brutal. Grinch ist ein Ami-Ding. Ich finde vor allem Grinch auch richtig... Also, Grinch ist wirklich ein bisschen cringe. Also, ich finde den Grinch so ein bisschen unangenehm. Oder? Ja, der Grinch ist irgendwie schon cool, Digga. Nee. Da landen zwei. Ich fühle dich irgendwie nicht so, Digga. Nö. Ist ja auch deine Meinung jetzt, ne? Seine Meinung. Ich muss gerade ein bisschen kacki, Phil. Was sagst du dazu? Mhm, mhm, viele. Du auch? Ich habe die schlechteste Waffe aller Zeiten. Also, ich versuche jetzt noch einmal das Bild von Schux. Für die Bar. Hat er mir gerade eins geschickt. Ähm. Und dann verabschiede ich mich aber auch wirklich. Also, das ist ja... Hast du gerade geschossen? Ja, ich dachte, da liegt wer. Aber hier ist auf jeden Fall... Er hat irgendwie auf uns geschossen von hinten noch, glaube ich. Wir können ja alle einen blasen, Alter. Okay. Ich spiele jetzt MG42. Von unten. One-Shot. Er ist One-Shot. Ist eigentlich One-Shot? Der ist One-Shot. Ach, der hat sich wieder geplaytet. Ich will mir kurz die Stann. Nee, der Sinn vom Grinch ist auch, dass der Weihnachten versaut. Nicht, dass der Cringe sein soll. Also, glaube ich. Naja. Der Cringe. Der Cringe-Gringe. Ich muss meine Nase putzen hier. Unkorrekt. Nase putzen, rückbauen. MG42 muss ich auch nochmal ein bisschen überarbeiten. Ja, und der ist auch gar nicht so schlecht, der Dude. Ich hatte nur die Stann in der Hand. Also, ich würde am liebsten jetzt aus der Runde rausgehen. Auch wegen den Drohnen und so, ne? Ja, also, ich hatte wirklich, die Runde wurde ich wirklich komplett gefickt, einfach nur. Ist dein Loot noch in der Zone? Nee. Ja, minimal. Hast du ihn geholt, oder was? Hol mal Loder, bitte. Ja, deswegen hab ich gefragt. Ich spiel jetzt einfach die Roboter, die Runde zu Ende. Ist die noch, also, ist die jetzt sehr schlimm vom Rückenbrot? Halt, unnötig, so. Dann kannst du auch die STG spielen, so weißt du, was ich meine? Also, wenn du den Recoil kontrollieren kannst, dann kannst du auch STG spielen. Das kann nicht sein. Er schießt mich einfach an, da durch. Tome, kannst du irgendwas machen? Ja, ich try's, Bro. Er hat Thermal, er hat Thermal. Ich raste komplett aus. Aber wie hat er die Bar gebaut, dass sie keinen Recoil hat bei dem? Ja, es kann alles nicht sein. Ja, perfekt. Thermal. Auf Einzelschuss? Also, ich hab jetzt zwei verschiedene Unterläufe mal getestet. Okay, doch, das Dreißiger. Ah, Removed Stock, okay. Ich hab die aber eigentlich ähnlich gebaut. Da bin ich einfach nur schlecht in dem Spiel und hab deswegen Recoil mit der Bar. Deswegen hast du ein Recoil mit der Bar? Weil ich einfach schlecht bin in dem Spiel wahrscheinlich. Okay. Das kann natürlich sein. Jetzt bin ich wieder mit meiner... Aber bei der Bar ist es auch so... Weiß ich nicht. Es ist einfach... Na, weiß ich nicht. Hä? Ich mag ja an sich recht gerne so Waffen, die halt viel Damage machen mit relativ wenig Feuerrate. Also, ich mag auch viel Feuerrate sehr gerne, aber die hat irgendwie zu wenig Feuerrate, oder? Von Dominik, wo ist mein Stand? Wo ist meine Stand? Ich hab nichts gemacht mit deinem Stand. War ich... Aber ich war doch an der... Ich war doch an dem Lordort, oder? Ja, ich hab ihn nicht genommen. Wo hast du... Also, vielleicht hat er den mitgenommen. Nee, ist eine MP40. Ich guck bei dem anderen. Nee. Der hat einen Koopa-Karabiner und einen Bazooka. Brauchst du Platten? Äh, ja. Wo ist der andere? Äh, der lag hier unten, oder? Hier bei dem Brotenhaus. Da. Was dir gefällt? Da, la, 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 la. Die ganze Welt. Da, la, 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 la. Naja. Wann ist eigentlich Bundesliga-Finale? Ähm, nee, das war schon. War schon? Naja, Dortmund hat die Bundesliga gewonnen. War das Deutschland gegen Portugal? Nee, es war Dortmund gegen Portugal. Achso, okay. Nice. Ja. Das war echt gut. Gutes Spiel gewesen. Nice. Hummels hat das Entscheidende geschossen, ne? Habe ich recht? Äh, nee, ähm... Burgstaller. Mhm. Wie fandet ihr das Bundesliga-Finale, Chad? Ah, Digga, in die Modus kommt gar kein Schlussverkauf. Ich frag das Filme nicht, weil das Thema habe ich mitbekommen bei ihm im Stream. Mhm. Ich... Ich bin... Entspannt. Mhm. Du weißt, welches Thema, oder? Mhm. Abtreibung, ne? Komisches Thema. Hinter uns. Der hat, glaube ich, Bock auf uns. Auf den Himmel ab. Ganz ich geist geholt. Ja. Fünf, sechs nach Penalty schießen war gut. Ja. Elfmeter geficke. Das ist doch safe einer von... Ich glaube, der ist rechts bei diesem roten Haus wieder. Oder ich habe wieder irgendeinen Busch nur gesehen. Ja, ich sehe ihn. Ist er da beim Haus? Mhm. Unten? Er rechts ist ja. Ja. Stark. Okay. Die hat wirklich keinen Recoil. Aber ich will auch das Bitzschussmagazin. Die hat ja gar keinen Recoil. Okay, krass. Oder? Die spielt man echt so mit Thermal, oder was? Weiß ich nicht. Also Thermal spiele ich wirklich sehr, sehr ungern. Das heißt, jetzt die von Schux, oder wie? Ne, ne, ne. Das ist die von dem Typen, der mich gerade geholt hat. Ach so. Ja genau, Messi hat für Portugal getroffen in dem Spiel. Ja, das habe ich mitbekommen. Das war crazy, Alter. Hä, aber der ist doch Spanier. Hm, ja. Nur macht das keinen Sinn eigentlich. Doch, doch, doch. Moin, Lion. Noch einer. Hast du mitbekommen, Schussverkauf gibt's ja im normalen Bett, Lion. Ich finde dich ganz geil. Ja, das ist cool. Ich will break. Gleich schuisch los. Wochenende. Hallo, hallo, was? Mama, wir haben Boxen genervt. Chat, gebt euch das. D-Rock? Bro, das ist ein Joke. Das muss ein Joke sein. Er lacht aber auch so wie D-Rock ein bisschen. Das muss ein Joke sein. Nein, hier ist einfach nichts. Nein, ich kann nicht nach da oben. Phil, er hat nicht mal eine Waffe in der Hand gehabt. Er hat mit den Fäusten geboxt. Drei Hits, Bro. Das ist ja Quatsch. Da kam nicht mal ein Chill-Break-Zeichen. Neue Sicherheitszone wird markiert. Die haben sich da gerade in Neualko geholt. Ja, wurde richtig hops genommen. Oh mein Gott, so sauer. Okay, Chat, dann waren es vier Hits. Cool. Ich habe trotzdem alles getroffen in der Zeit mit meiner Waffe und konnte ihn nicht killen. Danke. Digga, du bist so langsam mit dieser Bar. Ich dreh durch. Ne, ich spiel die nicht. Mein Arm tut auch immer noch so weh. Aua. Wieder Übertraining. Nicht gut. Ne, ich weiß nicht, was ich getan habe, Digga. Also ich habe meinen Bizeps auf jeden Fall schon mal mehr angeschränkt. Ich glaube, ich habe den einfach überdehnt. Um ehrlich zu sein. Sniper sind eh gerade nicht stark. Alles gut. Der kann dich nicht snallen. Hurensohn. 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 Das wollte man auch gar nicht wiederholen. Gibt es noch einen anderen Shop? Ne. Ja. Wahrscheinlich auch noch kaltblütig am Start. Ja, ja. Hundertprozentig. VOD ist weg, ja. Zweierbedrohung auch. Es ist auch einfach geil, ohne eifrig, mit so einer Bar zu spielen, die einfach 800 Kilogramm wiegt. Und ich finde es gut, dass da einer gekauft wurde. Und ich finde das Visier auch gut auf der MP40, die das aufgehoben haben. Oh mein Gott. Das ist nur noch das ganze VOD ein, einfach. VOD? F-U-W. Ab ins VOD, Digga. Netz DG. Hurensohn. Ganz liebe Grüße. Der Shop ist hier rechts, ne? Oder? Wo ist der? Der ist draußen. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Du hast das. Du Legende. Alles gut. Hier liegen ganz viele Waffen in dem Haus. Du musst hier nur reinkommen. Komm, 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 komm. Ich habe eh keinen Eifrig drauf. Also, selbst wenn es funktionieren würde, dann würde es nicht gehen. Oh mein Gott. Guck dir mal das Licht an. Guck dir mal die Lampe an. Ich dachte, das ist nice. Ja, aber kann sein, dass du mich gleich resten musst. Hast du keine Platten? Doch, doch. Eine. Ich habe aber eine Plattenkiste hier. Und da ist auch noch eine Weste. Hör mal, Dumme. Dann nimm die doch einfach. Und die Weste vielleicht auch. Oder? Aus Westen. Hallo. Aus Westen. Straight Sniped. Ja, Mann. Ich kam gerade einfach nicht zu Wort. Ja, hör mal, Dumme. Dominik, da will ich dich doch einfach nehmen, oder? Nimm die doch auch einfach. Was dir gefällt? Ich habe wieder Bock auf Karneval. Einzelchat, wer auch Bock hat. Wie geil, als du gestern Pokémon, aber mit Digimon ersetzt hast, als du das Lied gesungen hast. Wie sehr hat sich der Chat aufgeregt? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Chat hat es gar nicht so gecheckt, irgendwie. Der Chat hat nicht gecheckt, dass ich Spaß gemacht habe. Ja, das stimmt. Da sind sich alle richtig aufgeregt. Haben sie sich wirklich aufgeregt? Ja, ja. Ich so, ich so. Digimon, komm, schnapp sie dir. Dein allerbester Freund. Und, äh, Dumme. Okay. Auch einfach mal rauslaufen. Was denn, Großer? Ach, der ist schildhittet. Ja, aber hinter uns snipen doch noch welche. Warum regst du so raus? Ja, aber die können uns doch da gar nicht sehen. Die können uns da nicht sehen. Alles gut, Dumme. Danke. Der Rest ist sein Mate da übrigens am Hang. Ja, jetzt wird... Ohne mich würde ich jetzt nicht pushen. Ich dachte, wir pushen halt zu zweit. Ich habe es aber auch nicht gecallt. Sorry. Warum, warum, warum? Alles gut. Super, Phil, super. Nee, Roma. Streamer haben keinen Einfluss, was für Werbung läuft. Ich bin Gustav. Mit elf. Gamer kochen. Köche game. Ich liebe ihn. Rechts oben irgendwo schneibe. Und hier an unserem Haus. Hier unten wird gesnipet. Aber wir haben ja etwas Sorgen erst mal. Oh, die geht hier ohne, Alter. Poke-Digimon. Digimon. Digimon. Poke. PokeDigi. Nein, allerbester Freund. Ey. Wir kennen die Gefahr. Gefahr. Digipoke. Pokemon. PokeDigi. Also die Bar macht überhaupt keinen Spaß. Im Leib, wenn ich das so sage. Ich habe übrigens jetzt eine STG von irgendwem. Eine STG. Keine Ahnung. Gut gesniped. Oh, no, no, no. Ich habe die nicht auf dem Hardbeat. Ich glaube, die haben Geist. Mods, seid ihr da? Hallo? Bist du da? Ich bin OneShot. Kannst mir helfen? Er ist close am rechts. Ja. Auch mal links löschen oder ohne? Jo. Ich würde einfach kurz warten. Rechts bei mir? Sind beide da? Was solltest du jetzt von hinten nicht kommen? Einer's knockt. Der andere's fast Shitbreak. Wie finde ich? Wichtig. Ich muss halt nach oben gucken, weil die anderen da jetzt gleich kommen werden. Ich habe keine Platten mehr, bro. Einen hast du rausgenommen, ne? Ja. Ich habe Platten. Ich habe Platten. Alles gut. Oh, eigentlich müssen die runter. Wir müssen die eigentlich abfangen. Ey, wir können ja hierbleiben. Bleib einfach hier in dem Raum. Oh, bro. Die oben sind scheiße gut. Ich habe den hier knocked. Nice. Aber der hat safe survive. Ey, guckt nur kurz hinten, dass die nicht reinkommen. Ich glaube, er ist runtergefallen, actually. Äh, unkorrekt. Ey, er hustet. Ich glaube, er stirbt in der Zone. Mehr oder weniger. Er stirbt in der Zone, oder? Ich bleibe hier links. Bist du da, Phil? Ja, ja. Ja, das ist toll. Ich bin müde, ja, ja. Der müsste eigentlich hier in der Zone sterben. Klasse auf uns. Ja, ich habe Gasmaske. Ja, ich habe nicht so wirklich Gasmaske. Jetzt habe ich gar keine Gasmaske mehr. Ja, ich bin leider tot, Phil. Ist einer links close bei dir? Nice, der ist tot. Und einer noch oben rechts. Der safe sich, der safe sich. Er lebt jetzt wieder. Du hast eine Stun. Das war ein wichtiger jetzt. Ein sehr, sehr wichtiger. Ja, ein wichtiger. Auch mal für das Ego.